Unzufriedene Mitarbeiter sind eine Belastung. Für das Team, für den Chef, für das Unternehmen, aber in allererster Linie für den betroffenen Mitarbeiter auch selbst. Denn Missmut, Frust und Unzufriedenheit schlägt in erster Linie auf die eigene Gesundheit des Betroffenen und belastet auch sein soziales Umfeld, seine Familie, seine Partnerschaft, sein gesamtes soziales Umfeld. In diesem Video verrate ich eine Lösungsoption, die sowohl die Führungskraft als auch der Mitarbeiter aktiv ansprechen und ausprobieren können. Und in vielen Betrieben, in denen ich aktiv war, war das der Schlüssel zu einem besseren Zusammenarbeiten. Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Warum Mitarbeiter unzufrieden sein können und wie man das erkennt, das habe ich hier bereits in einem Grundlagenvideo ausführlich dargestellt. Da schauen Sie mal mit rein, das habe ich hier oben mit verlinkt. Das ist sehr sehenswert, was so die Ursachen sein können. In diesem Video geht es aber um einen konkreten Lösungsvorschlag aus diesem Dilemma heraus. Und es geht nicht nur jetzt um gute Mitarbeitergespräche, wohlwollendes Schulterklopfen oder einfühlsame Sitzkreise. Nein, es geht eigentlich um knallhartes Prozessmanagement. Denn fehlende Ziele, ständiges Chaos, Rückfragen für die Katzarbeiten sind oft die wahren Gründe, warum selbst der engagierteste Mitarbeiter irgendwann mal resigniert aufgibt. Also dieses Video richtet sich sowohl an die Führungskraft wie auch an den Mitarbeiter. Erstens. Gibt es Ziele, die der Chef, das Team und der Mitarbeiter erreichen sollen? Am besten klar messbare Prozessziele. Wenn nicht, dann fordern Sie diese als Mitarbeiter ein. Und als Vorgesetzter haben Sie vielleicht das Dilemma, dass Sie selbst keine Ziele haben, weil in Ihrem Unternehmen das einfach nicht gelebt wird. Aber als Chef dürfen Sie natürlich im Rahmen Ihres Verantwortungsbereichs Ziele setzen. Niemand hinterzieht daran. Ein Beispiel zum Beispiel. Keine Fehler mehr machen als Fernziel. Als Zwischenziel vielleicht 16% Fehler raten oder umgekehrt aus dem Six Sigma zum Beispiel ein Sigma bzw. 158.55 Fehler pro eine Million Fehlermöglichkeiten. Andere Beispiele wären zum Beispiel keine Rückfragen, schneller werden etc. Zweitens. Ist der Prozess organisiert und gemanagt? Oder wird er halt ausgeführt und gelebt irgendwie? Hier kann es sowohl der Mitarbeiter anbieten, den Prozess zu organisieren, als auch vom Vorgesetzten mit dieser Aufgabe betraut werden. Und mit ein klein wenig Anleitung funktioniert es auch wirklich sehr gut und stellt eine sinnstiftende Aufgabe anstelle einer sinnlosen Beschäftigung dar. Der Mitarbeiter kann sich mit seinen Kollegen darüber austauschen, wie es denn am besten ginge, wie man leichter von der Hand arbeiten kann, dass man ständig irgendwelche Medienbrüche hat, was verändert werden müsste und kann damit ganz konkrete Vorschläge bringen. Und der Vorgesetzte muss natürlich auch im Gegenzug dazu die Vorschläge wohlwollend bewerten und nach Kräften die Umsetzung wirklich unterstützen. Ein weiterer prozessorientierter Lösungsvorschlag ist es, den frustrierten Mitarbeiter zum Verlustjäger zu machen. Die acht Arten der Verschwendung, unterwegs liebe Ausdrücke, die acht Arten für die Katz zu arbeiten, habe ich in diesem Video auch mal genau vorgeschlagen. Wenn man sich das mal anschaut, dieses Video ist es wirklich leicht zu erkennen, was die jeweiligen Verlustarten sind und den Mitarbeiter entsprechend darauf schulen. 378 unbeantwortete E-Mails in ihrem E-Mail-Postfach sind ja nichts anderes als Bestände. Oder ergebnislose Meetings sind ja nichts anderes als Überbearbeitung, die kein Mensch braucht. Erkennen Sie diese Verluste und machen Sie sich für sich und Ihren Mitarbeitern zum Motivationsprogramm, solche Verluste aufzudecken. Dann kann man eben auch aus der langen Liste der Verluste die raussuchen, die man als nächstes und mit wenig Aufwand abstellen möchte. Und wenn man es dann damit schafft, die Arbeit in einen Flow zu bekommen, dann ist es eine sehr tiefe Befriedigung. Man sieht, was man zum Feierabend alles geschafft hat. Wie denken Sie jetzt so über meinen Impuls zur Aktivierung von unzuvielten Mitarbeitern? Schreiben Sie es mir gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt auf Ihre Meinung dazu. Ich persönlich bin einfach der festen Überzeugung, wenn man sinnstiftende Tätigkeiten anbietet, hat man wirklich einen guten Hebel, den Mitarbeiter was anzubieten, dass er aus sich heraus selbst wirklich wieder motiviert wird und engagiert wird und die Dinge anpackt. Aus dieser Frustration rauskommen. Und das ist viel, viel besser als irgendwelche Mitarbeitergespräche führen oder als letzte Maßnahme dann tatsächlich die Kündigung. Denn wenn es dann wirklich nicht funktioniert, wenn auch diese ganzen Angebote nicht fruchten, dann kann man sich auch partnerschaftlich überlegen, wie man vielleicht unterschiedliche Wege geht. Vielleicht passt das Unternehmen nicht zum Mitarbeiter und dann kann man auch dem Mitarbeiter wirklich dabei helfen, aktiv bei der Suche vielleicht einen besseren Platz zu finden, der mehr seinen Fähigkeiten entspricht. Das war es von mir, soweit Sieb. Wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.